Als zertifizierter Betrieb sind wir, die Firma Metallbau Brachthäuser im hessischen Lahn-Dillkreis, seit über zehn Jahren erfolgreich im Stahlmetall- und Industriebau tätig. Wir produzieren Geländer, Treppen, Zaun- und Toranlagen, Überdachungen, Carports, Vorsatzbalkone und Stahlkonstruktionen. Aufgrund unserer langjährigen Erfahrung verbinden wir Tradition mit Innovation. Für private Kunden, Gewerbe und Industrie. Ob Treppe, Geländer oder Balkon, wir entwerfen selbst exakte Pläne nach den Vorstellungen unserer Kunden. Dabei verarbeiten wir Stahl, Edelstahl und Aluminium. Ob Neubau, Sanierung oder Renovierung. Die Fertigung anspruchsvoller Stahl- und Edelstahlteile wird durch unser qualifiziertes Fachkräfteteam und modernste Betriebsausstattung realisiert, bis hin zur Montage vor Ort. Metallbau Brachthäuser – Ihre Zufriedenheit ist unser Erfolg.